Ja, also ich bin jetzt am Nationalpark Müritz. Noch ganz am Anfang, aber was soll ich sagen, ich hatte Hunger und hier war ein schöner Picknickplatz. Man hört irgendwelche Tiere im Hintergrund, aber was sehr cool ist. Genau, hier mache ich jetzt eine Pause und freue mich auf ein Picknick mit schöner Aussicht. Hier ist mein Fahrrad. So schön. Hallo zusammen, ich radle gerade durch den Nationalpark Müritz und habe festgestellt, dass ich auf meiner Handyhalterung mich selber filmen kann. Deswegen kriegt ihr das jetzt ab. Der Radweg, auf dem ich gerade fahre, war früher noch unter Wasser. Es war noch Teil vom See. Und die Menschen haben den irgendwann entwässert und jetzt gibt es hier einen Radweg durch ein wunderschönes Naturschutzgebiet. Super inspirierend und es ist wirklich was, da kann ich nur sagen, ich glaube, das gehört zu den Dingen, die muss man gesehen haben und die kann man auch nicht auf Fotos fassen, wie wunderschön es hier ist. Also kann ich nur total empfehlen, mal herzufahren. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.